Alhamdulillah. Wir sind hier verboten unterwegs wegen Corona zu dritt. Ist einer von euch Geschwister? Ja, ja. Wir sind Geschwister. Alle drei oder ihr zwei? Nein. Wir zwei. Okay, dann rufe ich doch nicht die Polizei an. Pass auf, ganz kurze Frage. Habt ihr Bock auf einen Zaubertrick? Ja. Ja? Okay, pass auf. Ich sag Abracadabra, Simsala und ihr sagt Bim, okay? Okay. Aber bitte nicht wegklicken oder so, das ist scheiße, okay? Okay, pass auf. Warte. Also, es geht zwar nur mit meiner Stress-Banama, das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, pass auf. Abracadabra, Simsala? Was müssen wir nochmal sagen? Digger, Alter, Digger. Okay, Bruder. Nochmal. Nochmal. Abracadabra, Simsala? Bim. Hey! Hey! Mädels! Was geht? Hahaha! Na? Seid ihr auf Omme unterwegs oder was? Hört mal, müsst ihr nicht schlafen? Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Acht! Ach, scheiß auf, Digger! Ihr habt eh Ferien, wa? Hahaha! Hey! Oh! Oh! Nein! Nein! Bitte nicht! Nein! Oh! Und, wie war der Zaubertrick? War nicht schlecht? War nicht schlecht? War nicht schlecht? War nicht schlecht? Okay, wie findest du die? Warte, ich hab noch was anderes. Warte! Boah! Digger, Alter, was ist jetzt passiert? Ja, what the fuck? Hä? Hä? Ja, Filz. Hahaha! Ja! Was denn sonst, Digger? Wenn ich die Banane einscheide, ist er auch ein Filz. Hahaha! Aber geile Reaktion, oder? Ich dachte, das wäre die echte Banane. Also ich fand's nicht lustig und ich hab auch nicht gelacht. Was ist denn bei euch los? Haben wir nicht ein Uhr? Wieso ist denn so ein Uhr bei euch? Interessiert. Also das nennt man Lampe. Aber das sieht krass aus wie ein Tageslicht bei euch. Hat einer Geburtstag? Nee, leider nicht. Dann hätt ich Geschenke bekommen, das wär cool, aber nein. Wie alt bist du? Ich bin 16 und du? Äh, ich bin 24. Kann ich dir kurz nen Zaubertrick zeigen? Aber ich hab nen coolen Pickel auf der Nase, gell? Ey, ich hab hier irgendwo auch eine, aber meine Kamera ist so kacke. Man sieht das nicht richtig einmal. Ich hab einen Blüten gekochen, dass er das ist. Ich hab einen Blüten gefragt. Erik! Wo ist hier nicht? Was? Mädels. Mädels. Ich will euch nur kurz nen Zaubertrick zeigen, ja? Ich schau hin. Krieg das? Das hier ist meine Stress-Banane. Ja? Das ist meine Stress-Banane. Manchmal passiert das hier. Guckt mal. Hey! Mädels! Was geht? Na? Seid ihr wieder auf Obo unterwegs? Mitten in der Nacht, oder was? Hör mal, ihr habt doch nen Knall. Hör mal, jetzt mal ehrlich. Wann ist denn bei euch für ne Corona-Party, hä? Wir machen keine Corona-Party. Na klar, komm. Wie viele Boys sind das da? Ey, mein Hübscher! Ey, ey, Süßer! Ey! Ey! Guck mal ran hier! Guck mal ran, du alte Sau! Mann! Hey! Hallo da! Oh! Mann! Hey! Hey! Ich hab auch schon hübschere Männer gesehen! Ha, ha, ha! Oh nein! Oh, ho, ho! Ey, ey, ey! Nies gegen deinen Kollegen! Aber die Banane ist immer frech! Nies gegen deinen Kollegen! Ich hab mal so in keinem Wort verstanden, weil die mit der Gefriertruhe Spaß haben! Naja, dann ist doch nicht so schlimm! Ich hab auch nichts Schlimmes gesagt! Ich hab eigentlich nur gesagt, ihr seid sympathisch! Ich hab schönes Regal ab da dahinten! Es riecht aus! Bist du gut drauf, Digga? Ja, Mann! Ja, Mann! Du auch? Ja, ich bin auch gut drauf! Aber wieso schreitst du mich denn direkt? Kannst du noch mal so machen für mich? Was machst du? Toc Toc! Der will jetzt Toc Toc machen! Was machst du? Toc Toc! Toc Toc? Toc Toc! Toc Toc! Toc Toc, wer ist da? Hä? Also warte, ich kann euch sagen, wer da ist! Toc Toc, wer ist da? Hey! Ich bin da! Na Toc Toc! Was geht denn? Hey! Was macht ihr denn hier für eine Scheiße? Was für ein Toc Toc Brudy, ey! Na mal ehrlich! Such dir hier wieder Mädels, hä? Mein Gott, ey! Die Boys sind ja auch immer unterwegs! Oder? Mal ehrlich! Mann, Mann, Mann! Ey! Nein! Noch nicht! Nein! So! Nein, Alter! Toc Toc Brudy, ich muss los! Ey! Digga, wie heißt du bei TikTok? Mein TikTok heißt Julian Entertainment. Geht's euch gut? Ja, dir? Ja, noch schon, aber deine Freundin, die... Ja, siehst du ja an! Siehst du ja an! Was ist? Deine Freundin guckt sehr genervt, kann das sein? Ich sie auch an! Was ist? Warum bist du so genervt? Genau, wieso bist du so genervt? Hör mal! Hör mal! Warum bist du so genervt? Ey Mädels, hör mal ganz kurz! Du bist jetzt ganz wild! Pass mal auf, Mädels! Du bist ganz wild! Ja, danke! Ich bin auch nicht! Ganz wild! Pass mal auf, ganz kurz! Pssst! Ich will nur Titten schüffeln! Ich will nur Titten schüffeln! Ganz, ganz... Menschlich gesinnt, ziemlich abstoßen! Ganz kurz bitte! Guck mal! Ich will euch kurz was zeigen, ja? Guck mal! Nur für euch! Guck mal jetzt, guck mal jetzt! Pass auf, pass auf! Drei! Zwei! Eins! Hey! Mädels! Was geht? Sowas habt ihr auch noch nicht gesehen, oder? Hahaha! Hey! Versteck dich nicht, Mädel! Guck mal her da! Hey! Hahaha! Du wirst doch ganz wild, oder? Du! Der meint dich! Hey! Der meint dich! Hahaha! Ich meint dich! Oh, ey! Nein! Bitte nicht! Off! Hey! Was ist denn hier los? Ich bin ganz entspannter, kann das sein? Ja, ja. Bist du auf Discord unterwegs? Ja, ja. Echt? Wie viele gucken zu? Eine! Eine? Kann ich euch kurz was zeigen? Gerne! Kannst du mir ja sagen, ob du Scheiße findest oder nicht, ja? Mhm! Okay, pass auf! Da hattest du hier meine Stress-Banane? Mhm! Wenn ich genervt bin, dann passiert das! Guck mal! Hey! My friends! Was geht ab? Hör mal! Hahaha! Sowas habt ihr auch noch nicht gesehen, oder? Erzähl mal! Oh, ey! Die Mädels, die stehen hier auf Bananen! Hahaha! Oh, nee! Ah! Booty, ey! Du schon wieder hier! Hahaha! Hey! Mein Freund! Wie geht's dir? Booty! Hör mal! Oh mein Gott! Digga! Digga! Digga was? Digga was? Hahaha! Booty! Was ist los? Digga! Digga! Was war das? Das war zu fresh! Die Banane, die geht auch manchmal auf Ommel! Weißt du? Das sagst du! Hey! Manchmal geh ich auch auf Ommel! Hahaha! Nein! Bitte doch nicht! Nein! So! Verstehst du? Manchmal hat die Banane auch ein bisschen Bock! Digga, du bist lustig! Streamst du? Ja, ja! Ich streame auch gleichzeitig auf TikTok ein bisschen! Ey, ich wünsch dir viel Spaß und viel Erfolg, Digga! Du bist zu lustig, Digga! Ich mein's ernst! Danke, danke, danke!